Hi, ich hoffe euch geht's gut. Mein heutiges Video ist mal wieder ein Mädchen-Montag. Und zwar geht es heute um Dinge, die jedes Mädchen für den Sommer wissen sollte. Und angesichts der Tatsache, dass wir jetzt auch schon Juni haben, habe ich mir gedacht, dass so ein Video auf meinem Kanal unbedingt nötig ist. Wie ihr es hier oben in der Ecke auch schon sehen könnt, ist dieses Video in Kooperation mit einer App, die ich euch unbedingt zeigen möchte und dazu dann später mehr. Mit den aufkommenden Sommer-Vibes, ich weiß gar nicht, ob es das Wort Sommer-Vibes gibt, wenn nicht, dann habe ich es jetzt gerade erfunden, werden natürlich wieder so Themen aktuell, die man vorher in irgendwelchen Schubladen verstaut hat. Und ein Thema davon wäre natürlich Reisen und Menschen kennenlernen. Schreibt mir jetzt mal in die Kommentare, wohin ihr diesen Sommer reisen möchtet. Bei mir ist es Barcelona, ich suche auch gerade schon nach Hotels und möchte da diesen Sommer auf jeden Fall hin. Und gerade wenn man auf Reisen ist, kann man schnell neue Leute kennenlernen. Und am besten ist es natürlich, Leute kennenzulernen, die auch noch dieselben Interessen wie man selber hat. Und da kann man zum Beispiel Badu nutzen, um eben diese Leute kennenzulernen. Ich bin ja auch recht häufig unterwegs und bei mir ist halt immer das Problem, wenn ich irgendwo in Deutschland bin in einer fremden Stadt oder auch im Ausland in einer fremden Stadt, da weiß ich einfach nie, wo gute Restaurants sind oder sonst was. Und am Ende geht man einfach in ein Lokal, was total überteuert ist und dann noch nicht mal schmeckt. Und immer wenn man Leute in dieser Stadt kennt, dann passiert einem sowas nicht, weil die wissen natürlich, wo man hingehen kann, wo gute Bars und Restaurants sind. Und deswegen habe ich auf Badu meinen Standort einfach schon mal auf Barcelona gesetzt, aber ich kann euch auch gerne mal zeigen, wie es geht. Und zwar müsst ihr einmal auf den Umgebungsfeed, so sieht das dann aus. Und dann muss ich nur noch hier oben drauf dann meinen Standort auf Barcelona einstellen. Der ist halt bei mir schon eingespeichert, weil ich das schon mal gemacht habe. Und ja, dann Häkchen. Und dann bekomme ich auch schon angezeigt, wer sonst noch so in Barcelona unterwegs ist. Zum Beispiel ist hier eine, die sieht ganz nett aus. Die heißt Jolanda. Sieht man da was? Ja, und ich glaube, die sieht so aus, als wüssten sie, wo man da gut essen gehen kann, ohne abgezockt zu werden. Natürlich kann man Badu, wenn man das möchte, auch als Dating-App benutzen. Und dieses Video ist Teil der Safe-Dating-Kampagne von Badu und dazu dann später mehr. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber immer wenn man ein Selfie mit seiner Urlaubsgruppe machen möchte, dann muss man immer den raussuchen, der den längsten Arm hat, den dann an die Seite stellen, der dann irgendwie verzweifelt ein Bild von allen machen muss. Und um das Ganze so ein bisschen angenehmer zu gestalten, könnt ihr natürlich einmal ganz offensichtlich einen Selfie-Stick benutzen oder auch einfach jemanden fragen, der ein Bild von euch macht. Das ist auf jeden Fall immer deutlich einfacher. Und eine Sache, die man natürlich auch immer im Urlaub macht, ist ein Selfie. Die erste Sache, an die ihr bei einem Selfie auf jeden Fall denken solltet, ist, dass die meisten Handys eine relativ hohe Schärfentiefe haben. Das heißt, wenn ihr mit der Innenkamera ein Bild von euch machen möchtet, dann ist der Hintergrund meistens eben auch noch relativ scharf. Das Problem an der ganzen Sache ist, wenn dann im Hintergrund Chaos ist, dass es dann schon recht unruhig wirkt und ein Selfie meistens besser aussieht, wenn der Hintergrund etwas ruhiger ist. Bei einem Selfie ist eigentlich auch nur alles eine Frage der Perspektive. Es gibt da nämlich so diesen magischen Winkel und zwar ist das der 45-Grad-Winkel. Das heißt, wenn ihr euren Arm vor euch ausstreckt, dann solltet ihr einfach so ein bisschen höher gehen, den Arm auch nicht komplett durchstrecken, sondern so ein bisschen anwinkeln und eben so von leicht oben fotografieren. Und so wirkt das Gesicht einfach am schönsten. Was ich auch ganz häufig mache bei Selfies und was ich auch nur jedem empfehlen kann, ist einfach zu versuchen, so entspannt wie möglich sein Selfie zu machen. Das heißt, schaut einfach, welche Taste für euch am optimalsten ist, um eben quasi abzudrücken. Das kann der Home-Button sein, muss es aber nicht. Zum Beispiel funktioniert das auch mit diesen Volume-Buttons ganz gut. Das funktioniert, glaube ich, bei fast jedem Smartphone. Oder bei einigen Handys gibt es auch nochmal an der Seite extra so eine Fototaste. Das heißt, dafür braucht ihr auch nicht den Screen oder den Home-Button. Und natürlich, was ich auch nicht vergessen darf zu erwähnen, ist, dass ihr auch solche Bildbearbeitungsprogramme nutzen könnt, um eben euer Selfie noch so ein bisschen zu optimieren. Was allerdings an dieser Stelle ganz, ganz wichtig zu sagen ist, ist, dass man das nicht übertreiben sollte. Also, hier habe ich mal ein normales Selfie von mir und daneben dann eine bearbeitete Version. Und viel mehr sollte man daran auch gar nicht bearbeiten. Ich blende euch jetzt mal eine Version ein von einem sehr, sehr krass bearbeiteten Selfie. Also, so sollte das am Ende auch nicht aussehen. Wenn ihr euer Selfie so stark bearbeitet, dass selbst eure Familie oder Freunde euch darauf nicht mehr erkennen würden, dann macht ihr, glaube ich, definitiv was falsch. Und vor allem dann, wenn ihr euer Selfie als Profilbild auf Apps wie zum Beispiel Badoo nutzt, gerade auch, wenn ihr auf der Suche nach einem Date seid, dann sollte das Selfie dann doch schon eine eher realistische Abbildung von euch selbst sein und nicht etwas komplett Bearbeitetes und irgendwie quasi schon Gefaktes, weil sich euer Date, das euch auf der App kennengelernt hat, sich dann doch schon etwas veräppelt vorkommen könnte, wenn ihr euch dann in Real Life trefft und du dann eigentlich ganz anders aussiehst. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ich das Selfie, das ich eben gemacht habe, um euch zu erklären, wie man ein gutes Selfie macht, jetzt auf Badoo mal hochlade. Und dann gehe ich auf das Symbol in der Ecke, suche mir mein Bild aus meiner Galerie raus und füge es dann hinzu. Bei Badoo ist die Besonderheit, dass man sich ziemlich sicher sein kann, dass die Person, deren Profilbild man sich gerade anschaut, auch tatsächlich die Person ist. Und gerade beim Thema Dating ist das sehr hilfreich. Und da kommen wir auch schon wieder zurück zu dem Thema Safe Dating. Und zwar gibt es da ein paar Funktionen, die ich euch gerne zeigen möchte. Und zwar einmal die Bild- und Profilverifizierung, dann auch noch das Nachrichtenlimit und die verifizierten Chats. Bei der Bildverifizierung ist es so, dass ich jetzt eben auf mein Profil gehen kann, dann auf den Tab Verifizierung, dann auf Foto verifizieren und dann sehe ich hier schon ein Bildchen. Und zwar wird mir hier gesagt, dass ich ein Foto mit genau dieser Geste machen soll. Das heißt, die Hand auf dem Kopf. Und dann gehe ich jetzt auf den Button Foto machen und mache eben genau diese Geste. Und dann wird eben geschaut, ob ich auch tatsächlich die Person auf dem Bild bin. Das Foto wird nirgendwo veröffentlicht, also da braucht ihr auch gar keine Angst zu haben. Und beim Nachrichtenlimit ist es so, dass wenn ihr einer unbekannten Person zwei Nachrichten schreibt, ihr danach keine dritte mehr schicken könnt, ohne dass die Person nicht einmal darauf reagiert hat. Das heißt, ihr könnt dann wiederum auch nicht einfach so von fremden Leuten zugespampt werden, was auch durchaus praktisch ist. Ein Bild, das ihr natürlich nicht auf irgendeiner Social Media Plattform hochladen solltet, ist eins, auf dem ihr Schweißflecken habt oder ein total verschmiertes Make-up. Und ich glaube, jedes Mädchen kennt dieses Problem im Sommer. Ich glaube, da kommt man auch nicht so ganz drum rum. Und wenn man dann noch diesen eher peinlichen Moment auf einem Bild festgehalten hat, dann ist das Ganze nicht so schön. Und vor allem auch, wenn man irgendwie Gruppenfotos macht, weil man eben mit Leuten unterwegs ist, dann kann man sich auch nicht noch zehn Minuten auf ein Bild vorbereiten. Und deswegen habe ich jetzt mal ein paar Sachen vorbereitet, wie ihr euch im Sommer sicher sein könnt, dass euer Make-up nicht verschmiert und ihr auch keine Schweißflecken habt, weil das nicht so das Beste ist. Ganz wichtig, wenn wir über das Thema langanhaltendes Make-up sprechen, ist natürlich der Primer. Und ich verwende mittlerweile jedes Mal, wenn ich mich im Sommer schminke, einen Primer. Ich trage den immer in der T-Zone auf, das heißt Kinn, Nase und Stirn. Und ich gebe einfach so eine kleine Menge auf meine Fingerspitzen, dann verreibe ich das so ein bisschen. Und dann ganz wichtig, nicht wie eine Creme auftragen, also nicht dieses ganz normale Rumschmier, sondern ihr solltet das Produkt eher tupfend auftragen. Das hatte ich mal gelesen, dann auch so umgesetzt und ich finde tatsächlich, dass dann auch das Make-up im Endeffekt länger hält. Was ich jetzt auch noch mache, bevor ich meine Foundation auftrage, ist mir so ein Fixing-Spray zu schnappen und das einfach schon mal auf mein Gesicht draufzusprühen und dann erst die Foundation draufzugeben. Das Fixing-Spray schließt einfach schon mal die Feuchtigkeit ein und dadurch hält das Make-up im Endeffekt auch länger. Jetzt geht es um das Thema Lippenstift und es ist immer sehr gut, wenn der Lippenstift den ganzen Tag hält. Das Erste, was ich mache, ist meine Lippen abzupudern. Einfach ein ganz normales Puder könnt ihr da verwenden. Ich nehme meistens immer ein loses Puder und das gebe ich mir dann erstmal auf die Lippen. Und dann erst fange ich mit meinem Lip-Liner an und damit umranne ich mir dann die Lippen und ich male sie auch schon einmal komplett aus. Dadurch hält der Lippenstift auch einfach viel länger. Das ist der beste Hack, ich schwöre total darauf und ich mache das mittlerweile immer, dass ich dann einfach den Lip-Liner wirklich auf die ganze Lippe schon draufgebe. Eine Technik, die ich auch sehr gerne verwende, ist einfach meine Lippen so ganz straff zu ziehen, also so, und dann den Lip-Liner eben aufzutragen. Dann kommt eben auch Produkt in die Lippenfältchen und dann vergisst man auch definitiv keine Stelle. Danach kommt der Lippenstift drauf und da ziehe ich auch sehr gerne meine Lippen mal so ein bisschen auseinander, damit auch wirklich überall Produkt hinkommt. Und zum Schluss pudere ich das dann nochmal ab, dann hält es auch definitiv viel länger. Und natürlich ganz klar, ein absolutes Must-Have im Sommer ist wasserfeste Mascara. Vor allem auch wasserfeste Mascara am unteren Wimpernkranz. Der normale Mascara verschmiert hier immer sehr gern und das sieht einfach schon relativ blöd aus. Zu dem Thema Schwitzen muss ich natürlich auch erstmal sagen, dass es etwas ganz Natürliches ist zu schwitzen und dass jeder schwitzt. Allerdings kann man Schweißflecken doch so mit dem ein oder anderen Trick etwas verhindern. Das Erste, was man definitiv wissen sollte, ist, dass es einen Unterschied zwischen Antitranspirant und Deodorant gibt. Das heißt, wenn ihr öfters Probleme habt mit Schweißflecken, dann würde ich euch ein Antitranspirant empfehlen. Denn ein Deodorant wirkt in erster Linie eher gegen Gerüche und ein Antitranspirant eher gegen die Ursache des Schwitzens. Und deswegen wäre das dann auch besser geeignet für die Leute, die Probleme mit Schwitzen haben. Und um eine unangenehme Geruchsbildung zu vermeiden, ist es auch besser, wenn man eben rasierte Achseln hat. Denn dadurch können sich einfach Bakterien nicht ganz so schnell verbreiten. Und so kann man eben Gerüche vermeiden, die man vermeiden möchte. Ich hoffe sehr, dass in diesem Video ein paar nützliche Tipps für euch dabei waren. Wenn ja, dann gebt diesem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen aufklären über das Thema ein gutes Selfie machen, verschmiertes Make-up, Probleme mit Schweißflecken, Leute kennenlernen, reisen und eben all die ganzen Sachen, die eben relevant sind im Sommer. Ansonsten verlinke ich euch noch hier zwei weitere Videos. Und zwar verlinke ich euch hier mal einen Mädchen-Montag mit 20 Dingen, die man mit Glitzer machen kann. Da sind echt verrückte Sachen dabei. Und hier drunter verlinke ich euch ein Video mit Mädchen-Lifehacks, die jeder kennen sollte. Hier sind meine Social-Media-Seiten. Hier könnt ihr mich abonnieren. Und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.